Der britische Parlamentsprecher John Bercow, er ist bekannt für klare Worte. Diese richtet er nun in voller Deutlichkeit an Premierminister Johnson. Er werde bis zum letzten Atemzug kämpfen, um zu verhindern, dass Johnson das Parlament aushebele. Das Parlament müsse auf alle Fälle an den Entscheidungen beteiligt werden, so Bercow. Er reagierte damit auf Aussagen aus Johnsons Umfeld, wonach dieser notfalls das Parlament umgehen werde, wenn er dort keine Mehrheit für seinen Brexit findet. Seit seinem Amtsantritt droht der britische Premierminister mit einem Brexit ohne Abkommen mit der Europäischen Union. Sein vorrangiges Ziel ist klar, die EU am 31. Oktober zu verlassen, zur Not auch ohne den Segen des Parlaments.